Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Fire Emblem Engage. Ja, beim letzten Mal war ziemlicher Bock mit passiert, ne? Also, Vale hat uns verraten, sie ist offenbar schizophren. Unsere ganzen Emblemringe sind weg. Ich habe aber, obwohl die hier alle übermächtig wirken, trotzdem das Gefühl, dass ich die mit den Emblemen eigentlich besiegen könnte. Der Nachteil ist einfach nur, ich würde sie wahrscheinlich trotzdem nicht zurückbekommen. Also beispielsweise Roy werde ich auf jeden Fall ausschalten müssen. Aber ja, ist halt doof, ne? Ich habe auf jeden Fall denen, die die Emblemringe vorher hatten, jetzt neue Ringe zugeteilt. Zum Glück habe ich ja einige von diesen normalen Ringen, darunter auch ein paar richtig gute. Wir können unsere Einheiten übrigens nicht wechseln. Ich könnte alle höchstens mit H ein bisschen austauschen. Mit den Drachen will ich mich nach Möglichkeit besser nicht anlegen. Ich denke mal, die nehmen mich auseinander. So. Du hast ne Axt. Dich mache ich direkt mal finito. Roy sagt einfach nix. Und Inseln-Trip. Oh, mit nem Crit. Das ging schnell. Ja, das habe ich mir ungefähr gedacht. Ich habe mir schon gedacht, dass ich, selbst wenn ich die besiege, nicht die Ringe zurückbekomme. Ich will einfach nur mal wissen, wie viel Schaden ich denen machen würde. Und wie viel sie mir... Okay, den Kampf vergessen wir mal sofort. Nehmen wir mal in den Wasserfünsten, darf ich definitiv nicht stehen. Kannst du mir von dort aus einen Bruch geben? Oh ne, das Teleport-Ragnar. Zum Glück bist du nicht besonders stark. Oh, weh tut's trotzdem. Die mit den Emblemen bringen, die muss ich sofort ausschalten, wenn sie in meiner Nähe sind. Okay, zwei sind gerade in Reichweite. Dich, äh... Kill ich mal sofort. Ich bin schon froh, dass die Drachen sich nicht bewegen, ne? So, bei dir renne ich hier mit jemandem mit einer Axt hin. Ach ne, du selber kämpfst mit einer Axt. Ach ne, das ist ja der, äh, die Fähigkeit von dem, ich vergaß. Äh, Lee hat ja die Fähigkeit, wenn du den ausgerüstet hast, dass du immer die perfekte Waffe gerade hast. Stimmt, ja, das war Lee's Fähigkeit. Der Kret hat wehgetan, aber ich geb dir auch nen Kret. Okay, dich heil ich gleich, wenn ich die Gelegenheit habe. Plus eins? So, ist plus eins da dran? So, ein paar mit Emblemen bringen, habe ich jetzt schon mal vom Sichtfeld runter. Das ist eine traurige Situation hier. Mann! Ich weiß schon, wer angegriffen wird. Oh gut, dass du schlecht im Treffen bist. Ich selber schieße ja auch mit meiner, äh, Freizeit mit den Bögen, ne? Ich bin im Treff wesentlich besser als der Typ. Leute, ich schieße nicht auf Menschen, falls ihr das denkt. Ich schieße nur auf Zielscheiben. Okay, wir können Sigurd jetzt noch schnell ausschalten. Ach, die verteilt die Ringe auch neu, oder wie? Ja, die verteilt die Ringe neu. Okay, das könnte zum Problem werden. So, dich machen wir weg. Du mit deiner Faktur gehst mir gerade auf den Keks, weißt du das? Wäre das eigentlich ein Stab, den man wegnehmen könnte? Nein. Ey, da kommt ein weiterer Roy angeritten. Ich sollte mich nicht so sehr auf die Kämpfe mit denen da oben fokussieren. So, wir blockieren hier mal. Dann sollte Anna außer Gefahr sein. Ja, greift mich ruhig an. Die dämliche Faktur. Okay, der trifft nicht. Das ist gut, dass du nicht triffst. Ich will ja auf jeden Fall dich da links noch mitnehmen. Du gibst mir nämlich einen Tomahawk. Den hätte ich sehr gern. Ich bekam, was ich haben wollte. So, dich schalte ich mal aus, Marv. Es tut mir im Herzen weh, dass du jetzt der Feind bist. Marv hat ja aber auch gesagt, wir sollten ihn lieber geben. Hätten wir auf ihn gehört, ne? Hallo, es kommt doch her. Ich geh's mir so sehr auf ihn her auf. Ach, alle Anliegenden auch noch. Die schalte ich jetzt aus. Das zählt auch für die beiden. Junge, Wanda hat jetzt einen Tomahawk. Die ich treffe ich. Das ist ein besseres Buch, weil... So, Elkers kommt nicht an den da heran. So, schon mal ein bisschen Schaden gedrückt. Nö, Prozent Treffer-Chance. Wieso hab ich jetzt beim zweiten keinen Schaden gemacht? Mit Elfen-Donner krieg ich dich auch nicht dauernd, ne? Aber ich würde schon mal gut Schaden drücken. Geh's mir so auf den Keks mit deinem dummen Stab. Okay, Teleport-Chance. Ja, komm, nur sechs Schaden. Okay, die hier unten haben jetzt nochmal was bekommen. Die werfe ich einfach in den Stahl... Äh, äh, Speer ins Gesicht. Also den Langspeer. Einmal kurz heilen. So, tschüss. Ich glaube wirklich, dass die Embleme uns gar nicht, äh, so wirklich schaden wollen. Und deswegen treffen die, die die Embleme in der Hand haben, auch so schlecht. Ja, dass du keine Gefahr bist, war klar. Wir werden die Embleme aber safe irgendwann noch zurückbekommen. Ja, ja, du und dein Kackstab. Zum Glück seid ihr schlecht im Treffen. Jetzt bewegen sich wahrscheinlich die Drachen. Ne, die bewegen sich. Und die sind wesentlich stärker. Ich verstehe, was muss getan werden. Haha, welcher von diesen Moronen ist meine erste Begegnung? Begegnungen sind Begegnungen. Ich hoffe, dass die andere Seite ein paar gute Schaden auf mich bekommt. We won't let them escape, Lady Bale. You have my word. More enemies are coming. We cannot allow them to slow... Natürlich sind da auch noch mal ein paar dazugekommen. Ich habe meine neue Ring. Ich habe meine Frau von den Zirn aus dem Kacken. Ich habe meine Frau von den Zirn aus dem Kacken. Aber ich habe das. Oh, eine schöne Schleifte. Vielleicht werden diese Schaden genug genug, um sie aus dem Kacken zu entfernen. Ich hoffe, dass wir das. Hallo, Divine One. Prinzessin Ivy? Warum bist du hier? Ich wollte eine letzte Mal versuchen, um mein Vater zu ändern. Ich war zu früh, aber ich habe diese Ring aus der Katedral des Destinia. Du hast zwei Ring? Ja, hier sind sie. Die Ring der Lady of the Plains, und die Ring der Prinzess Exalt. Bist du das sicher? Versuch'n gegen deine eigene Lande? Hm. Der Vater ist eh tot. Ich weiß, dass das nicht genug ist, um anzunehmen, für alles, was ich getan habe. Aber... Willst du mich auf deine Seite einsteigen? Natürlich, ich will. Danke. Der Ring der Lady of the Plains gehört mit dir, seit er in Vertreter der Illusion wurde. Swipe across! Emblem of Blazing! Avolo! Hängt doch nochmal an einem Bläden. Das von Lin! Ich bin Lindis. Just call me Lin. Ready to turn this battle around? Hm. Keine Chance im Kontern lassen. Oh, das klingt gut. Oh. Oh. Reignite us! Emblem of Awakening! Und Lucina! Herr. the starting point... Oh. I went to the top of the chair of Lucina. Es ist ich, Lucina. Lucina! Ich muss nicht sein, der Herr Kanz, aber ich kann ihn entspricht. Aber ich kann dich bei dir. Ich versuche, eine Lichter in der Evenstein. Eine Lichter für alle, die fallen nach Bord. Bir schade für alle, unter dir. So, was kann man im Leben? Lucina? Okay. Oh. Noch ein Rapier, das ist gut. Okay, Lucina ist absoluter Glockenking. Das war eine sehr große Hilfe. Vor allem, wenn ich das hier unten jetzt gebrauchen können. Nutzen mir das Bündnis doch direkt mal. So, Adelsrapier. Lern treffen. Aber dass dieser alte Witz hier noch da ist, ne? So, dich schalten wir mal aus. Ich glaube, ansonsten kommen nur die drei hier unten hin. Ja, dich hier unten schalten wir auf jeden Fall sofort aus. Du weißt doch gar nicht, wie man mit der Lanze umgeht. Ein Meistersiegel, sowas nehme ich doch immer gern. Perfekt. Perfekt. Ah, die stehen jetzt da. Okay, jetzt haben wir da zumindest Doppelgänger stehende. Der Kritz sah geil aus. Ja, die bewegen sich alle und gegen die habe ich jetzt wahrscheinlich nicht den Hauch einer Chance. Ich kann mir mal eben ein Level angucken. Ne, ich könnte sie besiegen. Aber ich glaube nicht, dass das eine sonderlich schlaue Idee ist. Ich mach mal den Astra Sturm. Ganz oben, die, die kann ich nicht damit treffen. Zack. Ja, das ist, glaube ich, eher was hier für... Äh, Alquistin, die von Lynn... So, alles in zwei Felderumkreis beteiligt sich da dran, ne? So, alle für ein Schildbund ist ja... Ich kann andere abwehren. Das war jetzt nicht so spektakulär, wie ich dachte. So, dann machen wir dich mal fertig. Wie gesagt, mit den Drachen will ich mich nicht anlegen. Die anderen, die könnte ich besiegen. Aber nicht die Drachen. So, dann machen wir auch einmal diesen Schildbund. Kann ja mit jemand anderem auch das Fliehen machen, oder? Ne, muss mit meinem Charakter sein. Tja, Werteherrschaften, wir werden jetzt entkommen. Und ihr könnt nichts dagegen tun. Wenn, da war der Held des Tages. Danke, Ivy. Werteherrschaften, wir werden jetzt nicht wiederholen. Ich liebe dich, Hortensia. Aber zu bleiben in der Kingdom ist nicht eine Option. Es ist zu viel, wir lassen uns hinterlassen. Werteherrschaften. Es ist schwer, aber wir können nicht zurückgehen. Wir verlieren alles. Ich werde die Weg gehen. Ich habe dich verloren, Marth. Ich habe dich alle verloren. Ich habe dich verloren. Ich habe dich verloren. Ich werde dich verloren. Ich werde dich verloren. Ich werde dich. Ich werde dich verloren. Und ich werde dich verloren. Und dich verloren. Wir müssen jetzt sicher sein. Wale ist Sombran's daughter. Und jetzt hat sie unsere Emblem rings. Did you call this? I'm sorry everyone I should never have brought us to the cathedral It's not your fault Divine One Mm mm, it was horrible I should apologize I asked you to let me fight I was so angry about what they'd done What about me? I'm the one who wanted to return father to Brodea That was illogical Excuse me? If you hadn't gotten in the way Calm down, everyone. We're on the same side. No, we're not. If not for her, we might have made it in time. We might have saved him. Alcrest. Princess Ivy told us about the ritual in the first place. Without her help, father would still be one of those creatures. Diamant? She helped kill our father! Why are you making excuses for her? Princess Ivy's not to blame. Her father was. And the fell dragon murdered him. There wasn't even a body left behind. Arguing won't get us anywhere. Apologies, Divine One. Princess Ivy, I hope you'll forgive my brother. He spoke out of turn. No, it's alright. I am sorry that I couldn't stop the ritual. I just... I can't bear the thought that I'll never see him again. And the ring he spent his whole life protecting. Gone. We have suffered loss after loss. But the emblems aren't dead. We can still get them back. And we will. I know we will. Define one. You still have emblems on your side. That's right. Don't forget about us. Lynn. Lucina. All is far from lost. We can offer our unique strengths as emblems. You can still challenge your fate. You don't lose by retreating. I wish it didn't come to this. My mother told me that a Divine Dragon should never run away. We're not running away. As Lucina said, we're retreating. There's a difference. Time and again, you've shown true bravery. Even in the face of daunting odds. But refusing to move on. That's not bravery. It's folly. There's courage. Then there's stubbornness. Lumera would have taught you the difference. Unfortunately, in your short time together, she didn't have the chance. Perhaps that's why Marth said what he did. Outside the cathedral. Probably so. Now at least. I understand. We're not running away. We're stepping back. Gathering our strength for the next battle. I'll become a better fighter. A better leader. I'll make sure no one, not one more person, loses their life under my command. And I'll bring back our friends. The emblems. What do you say, everyone? Are you with me? You know I am. Let's turn the tables on them. I won't rest until we reclaim what we've lost. Even now you have hope. I will stand with you too, Divine One. I will help too. If you'll have me. Thank you everyone. Now? To the kingdom of song. Stay with me and I promise to keep you sing. Oh, ich musste nicht mal somniell aussehen, dass wir hier zum Somnier kommen. Ja, jetzt haben wir Lucina und Lynn an unserer Seite, ne? Ja, hoffentlich bleibt da so. Hoffentlich wirst du die auch noch gemobst. Anna mischt reden. Ja. Hallo, Lady Anna. Did you ever get a good idea for something to sell? No. The idea wells run dry. Oh. Are you crying? No. But I am feeling a little down. Here it is. Handcrafted necklaces. Necklaces again. We've been over this. I know you mentioned that they're a pretty common Sweetheart's Day gift. But handcrafted ones would each have a unique feel to them. That's what you're after, isn't it? I seem to remember glassblowing being a popular handicraft where you're from. Add a string to that and you've got a necklace. Was it that bad of an idea? No, no, I like it. This could really sell. Oh, thanks a bunch, Divine One. You really little fire under me. Glad I could help, Lady Anna. Ja. Wir haben damit, glaube ich, bei der ersten Person jetzt auch Unterstützung, LWB erreicht. Ist hier sonst noch irgendwie, der reden will? Wo treibt sich denn überhaupt blind rum? Die erhebt sich beim Trainingsplatz rum. Ich höre auch mir gleich mal angucken, was die Fähigkeiten sind, die man von der bekommen kann. Das ist von ihr und Lucina. Das ist doch gut, auch wenn ich sie weitergeben werde. Was bekomme ich gerade dann überhaupt aus dem Boden? Lolli, Schmackes. Ist wahrscheinlich ein Geschenk, oder? Ne, ist das irgendein Item. Muss ich mir gleich mal angucken. So, wo sind denn unsere letzten beiden, die jetzt hier noch dazugekommen sind? Diamant müsste reden. Und Alquis will reden. Da stehen die. Und natürlich auch Selkow. Ich will halten, äh, hier heute noch das mitnehmen, was hier in, äh, Somni, hier an Gesprächen ist. Ihr nehmt den Pferde, Dung. Die Reaktion, warum gebt ihr mir Pferdemist? Die Reaktion war eindeutig, was ist mit euch geschehen. Es würde aber wahrscheinlich irgendjemanden geben, der sich auch darüber freut. Hm. Hm. Mr. Wolf, I'm so, so sorry. I'm sure that my apologies will enrage you further, to the point you might devour me. And if I wind up in your stomach, my allies may waste days looking for me. But I must persist. Please, though I have no right to make this request, I ask you to go home. I'm begging you. The Wolf is actually turning away. Incredible. There it goes. Thank goodness you're all right, Divine One. Thank you, Alcrist. I'm glad you're okay, too. That was a risky move. Think nothing of it. Your life is worth far more than mine. So I just did what needed to be done. Uh, no. My life, my life, your life, everyone's lives. None of us are above anyone else. Ah, you're a right, Divine One. Looks like I've fallen short yet again. The Divine Dragon's Radiance should lighten my mood. But I've managed to darken it instead. I sincerely apologize. I, I should leave. What? Oh, Alcrist. Wait. Wow. He's so fast. Thank you. So, warte mal. Inventar. Das muss ja in der linken Liste irgendwo sein. Hier, in der hier. Vielleicht ist das auch, äh, hier irgendwas zum Kochen. So, dann guck mal, welche Fähigkeiten könnt ihr denn mitbringen? Geschwindigkeit. Bogenfokus. Also, du bist auf jeden Fall für Bogen, äh, Kameraden, sehr stark. Und du bringst Doppelbeistand und Bogenagilität. Mal gucken, ob ich den Kampf gegen Lucina gewinne. Ja, den Kampf gewinne ich. Und wir kriegen direkt ein Gespräch. Danke für die Hoffnung, die du mir vorhin gezeigt hast. Wenn nicht für dich, dann könnte ich mich aufgeben. Ich habe dir nur einen kleinen Druck gegeben. Du wirst dein eigenes Zukunft für dich selbst schrauben. Okay. Okay. Du wirst auch ein Booster für Bogeneinheiten. Also zumindest die Fähigkeit. So, was wären denn die anderen Fähigkeiten? Man würde einen Bogen noch bekommen auf Level 10. Behändigkeiten und Verbesserungen. Ja, man, einen Bogen sollte dich eigentlich auf Stufe 10 haben. So, warte mal. Wir lassen hier Etie mal mit Lynn trainieren auf Stufe 5. Ich bin Etie, ein Räulein von Phyranäen. Ich bin Lynn von der Lorca-Tribe. Die Glückwunsch ist deine. Aber ich werde nächste Mal nicht verlieren. Meine Muskeln verdienen einen Traum, nachdem. Du bist so grössig, Lynn. Und mit ein bisschen mehr Training. Du hast Muskeln auf dem Top von Muskeln. Ich bin in der Spur und der Bogen trainiert. Aber ich habe nie über Muskeln trainiert. Hm. Interessante Idee. So, direkt zu Level 5 gesprungen. Oh. Interessante Fähigkeiten hat sie auf jeden Fall. Und was sind denn die restlichen Fähigkeiten, die die mitbringt? Die bringt das Manikati mit. Das ist eine Kritschklinge. Bringt fast dieselben Fähigkeiten wie Lucina mit sich. Schon interessant. Na gut, Leute. Ich würde aber sagen, hier machen wir jetzt für heute Schluss. Das ging ja lang genug. Ich wollte halt noch gucken, hier die neuen Gespräche und die Fähigkeiten der neuen Embleme. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.